Hi Freunde und herzlich willkommen, hier war G-Gaming, Flo wieder am Start, heute gibt es keine weitere Squad-Bending-Challenge, ihr seht es, wir wollen uns heute um What-If-Team Nummer 2 einmal etwas genauer kümmern, wir wollen heute eine Prediction machen, ich hoffe das ganze Video gefällt euch, die Prediction, wenn ja, könnt ihr gerne das Video so mal supporten und zwar mit einem fetten Daumen nach oben, lasst mich gerne eure Meinung zu What-If-Team Nummer 2 gerne rein runter in den Kommentaren wissen, lasst uns gemeinsam diskutieren, predikten, wer könnte in What-If-Team Nummer 2 reinkommen, ja und besagte Leaks von letzter Woche in Bezug auf What-If-Team Nummer 1, die ich euch gleich auch natürlich auch nochmal im Video zeige, was schon online ist, ja das könnte bedeuten, dass wahrscheinlich, weil sie nicht in What-If-Team Nummer 1 drin waren, dass sie wahrscheinlich in What-If-Team Nummer 2 drin sind, welches genau sind, werdet ihr hier in diesem Video erfahren, bevor wir reinstatten, wie gesagt, gerne das Video Supporten, interagieren mit dem Video, Jungs, Kommentare lassen auch gerne die Glocke aktivieren, wenn ihr auch heute Abend wieder wieder im Start sein wollt, mindestens immer ein Upload hier in Bezug auf FIFA 21 auf dem Kanal und falls ihr nichts mehr verpassen wollt, gerne die Glocke aktivieren, ein Abo dalassen und Support bzw. Liebe dalassen. Also Jungs, wir gehen rein, ihr seht hier in What-If-Team Nummer 1, da kommen wir auch gleich nochmal drauf zu sprechen und zwar, hier sind schon zwei Spieler, die ein What-If-Upgrade bekommen haben, das ist einmal Marcelo und Mbappu und wir werden unter anderem auch aufklären, Jungs, was es mit den heimischen Ligaspielen auf sich hat, denn ich habe bei Twitch und bei YouTube einiges in den Kommentaren und im Chat gelesen, Jungs, da ist ein bisschen Verwirrung mit am Start, da werde ich auf jeden Fall auch Licht ins Dunkeln bringen. Wir fangen aber mal rein an mit Prediction Nummer 1, hier gefunden bei Twitter, bei Ed Sunson, keine Ahnung, auf jeden Fall Credits gehen raus, Jungs, Credits gehen raus für dieses Design. Ja, und da nehmen wir unter anderem Nummer 1 mit und das ist natürlich Neymar, da haben wir schon auf jeden Fall länger drauf gewartet. Neymar, wir hoffen, dass er auf jeden Fall kommt, eine Special Neymar-Karte und dann mit einem potenziellen What-If-Upgrade, das wäre auf jeden Fall sehr, sehr, sehr nice. Gnabry ist dann die nächste Geschichte, da bin ich mir nicht so sicher, er hat seine Freeze-Karte, wo ich mir schon eher wieder sicher bin, ist hier der Linksverteidiger und das ist Mondi, da sind bestimmte Leaks rausgekommen, also mit Mondi auf jeden Fall können wir zu 80% rechnen. Ob dann via Objective-Geschichte oder per SPC oder schon im What-If-Team, das bleibt es abzuwarten. Weiter hier in der Prediction ist ein Foden mit am Start, warten wir mal ab, ob er kommt oder nicht. Manulas habe ich auch in Freedom Predictions gesehen, auch schon zu What-If-Team Nummer 1, Martial, da können wir gleich auf jeden Fall sagen, da ist auf jeden Fall ein bewegtes Spielerbild in den Codes jeweils mit drin, da werde ich gleich noch genauer drauf eingehen. Wofür das ist, wir haben ihn auf jeden Fall nicht im Team Autorik gehabt, er hat keine Man-of-the-Match-Card oder sowas bekommen, vielleicht also für What-If-Team Nummer 2. Martial für mich nach Mondi auf jeden Fall zwei Franzosen, die sehr, sehr hohe Wahrscheinlichkeit haben, nach meiner Meinung, auf jeden Fall da reinzukommen in das besagte Team. Ja und weiter geht es dann mit Saul, mit Saul Jungs, 87er geratet, Mc Kenny wünschen sich wahrscheinlich auch einige Jungs, 86er Version hier am Start, vielleicht bekommt er dann auch eine What-If-Karte. Wir haben Aguilar am Start, wir haben Kabak, da habe ich mir nicht so sicher, Man-of-the-Match-Karte ist da, insofern weiß ich nicht, ob er jetzt in Kabak noch um die Ecke kommt. Und dann haben wir Kovacic und da sind wir bei Chelsea und da kommen wir vielleicht gleich auch bei einem, in Anführungsstrichen, vielleicht eventuell Leak, da könnte jemand anderes als Chelsea-Spieler um die Ecke kommen. So, wir gehen weiter und da geht es los mit Sanchez, beziehungsweise hier hatten wir ja auch schon Ben Rama, falls ihr es nicht gesehen habt, Jungs, vielleicht eine Objective-Karte? Ja, nein, wir bleiben, es bleibt abzuwarten, aber für mich sind ja auf jeden Fall einige zu viele, wenn nicht sogar zu viele Premier League-Spieler am Start in der Prediction, deshalb glaube ich nicht, dass so, so viele kommen. Hier haben wir jetzt Sanchez am Start, ist eine Prediction von Futeagle, der das in Zusammenarbeit anscheinend mit Tabak gemacht hat. Sanchez, dann haben wir Neymar wieder am Start, De Jong, der hat jetzt sein Team of the Week, also da denke ich nicht, dass der hier kommt. Und Pereira dann als Rechtsverteidiger, Mondi, wie gesagt, sehe ich sehr, sehr hoch, die Wahrscheinlichkeit hat man in allen Predictions zuletzt am Start und insofern bin ich mir sehr sicher, dass hier eine Mondi-Karte kommen wird. Angelino haben wir hier als Linksverteidiger, 87er-Version, kommt der, ja oder nein? Watkins ist dann die nächste Karte, Gravenberg und da sind auch Leaks rausgekommen, anscheinend kommt eine Gravenberg-Karte, das habe ich schon zu What-If-Team Nummer 1 gesagt, da jetzt bis jetzt noch nichts gekommen ist von ihm, können wir auch mit einer hohen Wahrscheinlichkeit rechnen, dass er in What-If-Team Nummer 2 am Start ist. Und dann, da haben wir dann, 86er-Version, wir haben Tomori, da sind auch einige Leaks rausgekommen, Tomori könnte tatsächlich rauskommen. Und hier sind wir dann bei einem Wabangituka, Jungs, da denken wir alle, dass natürlich da eine Karte kommt. Ich glaube, viele sind drauf gehypt, der hat schon seine Silverstars bekommen, aber das wäre natürlich, ja, der Hype-Spieler schlechthin, genauso wie ein Kent, Ryan Kent, Jungs, dass der nochmal zurückkommt mit der What-If-Karte. Das würden einfach alle fühlen und feiern. Gehen wir weiter und da packt dann noch McKennie mit rein in die Prediction, hatten wir eben schon am Start, jetzt hier eine 85er-Version, Ratings und so weiter und so fort, wisst ihr Bescheid, sind eh alles nur bis jetzt predicted. Ja, weiter geht es dann mit dem nächsten What-If-Team, Thrive-Prediction-Team und da doppeln sich auch wieder die ein oder anderen Namen, Jungs. Alisson haben wir am Start, wir haben Aguero, da denke ich auch nicht, dass Alisson und Aguero kommen als high-ratedste Spieler, wovon wir übrigens ausgehen können heute an diesem Donnerstag, wo wir Top-Party heute Abend angreifen, dass hoffentlich ein neuer Startbildschirm kommt. Denn das können wir auch festhalten, Jungs, bis jetzt ist noch kein Startbildschirm zu dem Zeitpunkt, wo ich das hier gerade aufnehme, noch kein Startbildschirm da. Ja, insofern hoffe ich auch auf jeden Fall heute Abend auf einen Startbildschirm, wo sie, ja, wie beim letzten Mal schon Gomez zum Beispiel, zumindest eine Karte, die man dann da sehen kann, wo man dann schon ein bisschen predikten kann, okay, wer könnte es eventuell sein. Dass das heute Abend auf jeden Fall auf den Startbildschirm draufkommt. Wieder Felham-Odi haben wir hier am Start, Delicht haben wir dann. Gravenberg wieder am Start, Sané diesmal hier von Bayern, vielleicht, once to watch, gerade hat er ja. Ja, dann haben wir Florenzi, ebenfalls mit einem Monster Watch, deshalb glaube ich nicht, dass jeweils Sané oder Florenzi kommt. Lingard war schon bei den letzten Wort-If-Team-Nummer-Eins-Prediktions sehr oft dabei. Tomori hier wieder am Start, doppelt sich, Sanson und Martins dann, Franzose und ein Portugieser aus der Ligue 1. Auch immer beliebte Spieler, gerade Martins in Bezug auf FIFA-Promos. Wir gehen aber direkt mal weiter und da kommt für mich ein Spieler rein, der eine hohe Wahrscheinlichkeit tatsächlich hat, denn das ist Cavani. Wir haben es gesehen bei Gomez, es ist eine direkte transferierte Karte bei Gomez gewesen und ich hoffe, es gibt ja noch keine Cavani-Karte. Man kann ihn suchen so auf der Transferliste, beziehungsweise auf dem Transfermarkt, aber es gibt keine offizielle Cavani-Karte in Ultimate Team. Und da hoffen auch einige von, ich persönlich auch drauf, dass eine Cavani-Karte endlich um die Ecke kommt, vielleicht in Kombination mit der What-If-Promo. Ich hoffe bis zuletzt drauf, dass eine Cavani-Karte kommen könnte. Wir gehen weiter mit einem Everton, für mich auch eine interessante Geschichte, würde ich eher so als Objective-Spieler sehen, tatsächlich so eine Everton-Karte, nicht als SPC-Spieler, aber auch eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass der kommt. Hier auch wieder ein paar, die sich doppeln, unter anderem jetzt hier Martial, der für mich eine hohe Wahrscheinlichkeit hat, zu kommen. Wir haben hier wieder eine transferierte Karte mit Özil am Start, wir haben Kondogbi am Start, damals ja auch, wo er noch Franzose war, sowieso Hype-Spieler schlechthin, könnte Mega-Allrounder werden. Dann haben wir Mahler am Start, Milik haben wir, Richarlison, da wird sich Elias dann wahrscheinlich verfreuen, Jungs, Hernandez haben wir dann als weiteren Franzosen. Kommt der vielleicht? Ja, nein. Also ich glaube nicht, dass ein Longley als Franzose in Verteidiger kommt, dann noch ein Hernandez, also da denke ich bei dieser Prediction, die ich hier gefunden habe, da ist es schon einige Möglichkeiten, die eher unwahrscheinlich sind am Start. Naing Golan und Gray haben wir dann am Start, kommt dann nochmal ein Mbappé, Neymar Link mit Gave, wir haben ja Marquinhos als ZDM-Karte, damals bei der Freeze-Geschichte am Start gehabt. Naing Golan auch immer beliebter Spieler und dann Ederson als Torhüter, kommt er? Kommt er nicht? Also ich weiß ja nicht so wirklich. Wir haben hier Team Nummer 1, ZDM, RM, ZOM, Innenverteidiger, Innenverteidiger, ZOM, Linksverteidiger, dann haben wir einen LM, Stürmer, ZM und Rechtsverteidiger. Also ein Torhüter ist noch gar nicht rausgekommen zur What-If-Geschichte, das ist auf jeden Fall mal interessant herauszuheben. So und jetzt kommen wir hier zu einem wichtigen Punkt, zu einem weiteren wichtigen Punkt und das ist einmal die Frage der Fragen, das ist auf der offiziellen FIFA-Seite und ich habe das mal hier rausgefiltert für euch und zwar, wie lange dauert es, bis diese Upgrades ingame denn dann verfügbar sind? Und hier steht es tatsächlich, der späteste Zeitpunkt ist der darauffolgende Mittwoch. So und da kommen wir jetzt zu dem Beispiel Mbabu, das ist nämlich nicht der Fall gewesen, in Anführungsstrichen, das ist nicht wirklich richtig konform hier ausgeschrieben, wie das Ganze stimmt. Denn Mbabu ist in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag geupgradet worden und deshalb ist da auf jeden Fall ein bisschen Verzug dabei gewesen. Was wir auf jeden Fall jetzt festhalten können, ist, dass sowohl diese Mbabu-Karte als auch die Marcelo-Karte, also Mbabu hat schon das Abgrund bekommen von der 85 hoch auf die 87, kostet übrigens jetzt auch nicht mehr viele. Münzen war vorher extinct bei 500k, Price-Wrench wurde angepasst, für die, die es nicht wissen. Und jetzt haben wir Marcelo, der hat gestern, wenn ich richtig informiert bin, zu Null gespielt oder Lyon und jetzt kommt der nächste wichtige Punkt und das hat Lyon auswärts getan. Und da kommen wir zum, ja, quasi, ich glaube, das haben einige falsch verstanden, ich habe es im Infovideo extra gesagt, im ersten Video am Freitag, und zwar die Frage der Fragen, welche Partien zählen für die What-If-Upgrades? Und hier steht es, nur Partien in der heimischen Liga zählen für mögliche What-If-Upgrades. Nicht, und das haben, glaube ich, einige falsch verstanden, nicht nur Heimspiele, Jungs, das habt ihr vielleicht falsch verstanden. Wie bereits erwähnt, muss der Anpfiff der ersten für die Upgrades erzählenden heimischen Liga-Partien nach dem Veröffentlichungsbezeitpunkt des Items liegen. Das heißt, nach dem Freitag, nachdem Embargo rauskam, haben sie dann Hertha 2-0, glaube ich, war es geschlagen, und auch jetzt Marcelo, nachdem Freitag sein Item-Karte rauskam, haben sie jetzt zu Null gespielt. Aber bitte nicht voll verstehen, nur weil hier steht heimische Liga, damit wollen die einfach nur ausklammern, dass es UCL oder Pokalspiele ist. Pokal war jetzt unter der Woche zum Beispiel auch, Jungs, das ist natürlich, das zählt nicht mit, das zählt nicht mit, Jungs, ja, das zählt nicht mit. Also heimische Liga-Spiele, aber nicht nur Heimspiele, es sind auch die Auswärtsspiele, aber es geht um die rein spezifischen Liga-Spiele. Das wollte ich auf jeden Fall hier mal ganz klipp und klar herausstellen, dass ihr das auf jeden Fall wisst, für die, die es bis jetzt nicht verstanden haben. Ja, und dann gehen wir nochmal zurück, und zwar auf What-If-Team Nummer 1, auf MyLeaks, da hatten wir ja damals schon einen wunderbaren Startbildschirm, wie wir hier sehen können. Und weiter geht es dann hier mit der Gomez-Karte, die war da noch nicht geleakt, aber das war klar, dass die auf jeden Fall kommt. Dann hatten wir das Karten-Design hier einmal am Start, und wir haben prediktet, okay, wer kommt, Gomez, Roussillon, Kante. Und dann hatten wir die Möglichkeit noch, entweder ist es Mbappu oder Roussillon gewesen, aber am Ende des Tages ein Mbappu, Kante ist rausgekommen, genauso wie auch ein Gomez. Und dann haben wir hier das Spielerbild, was rauskommt, und zwar New Dynamic Image of Anthony Martial has been added to the database. What if? Und dann I sent hints about him in DMs earlier, yes, Martial officially confirmed. He's in What's If. Also er kam jetzt nicht in What-If-Team Nummer 1, also sehr, sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass er mit diesem Spielerbild heute, nicht heute, Jungs, am Freitag, morgen, in What-If-Team Nummer 2 am Start ist. Ja, und da kommen wir direkt dann zum nächsten Spielerbild, was ebenfalls neu zur Database letzte Woche in Zukunft geworden ist, ist ein Rorginho gewesen. Und da waren wir eben ja am Diskutieren, welcher Chelsea-Spieler könnte es sein. Für mich vielleicht Neval, Italien-Link und Chelsea, es könnte ein Rorginho werden. Also da einfach mal abwarten, wobei wir Kante natürlich noch schon am Start hatten im Team Nummer 1. Aber mal gucken, welche Mannschaften sich dann am Ende des Tages doppeln. So, und hier haben wir dann noch Mondi gehabt, den hatte ich in allen Predictions bis jetzt am Start gehabt, und da bin ich mir sicher, dass der auf jeden Fall kommen wird. Einige werden sich darauf freuen. Der nächste Franzose neben Martial und Mondi, neben Kante, der schon rauskam. Und dann sind wir hier bei den transferierten Karten, hatte ich damals auch eine Prediction mit reingenommen. Cavani, Gomez, Oedegaard. Oedegaard kam, Gomez kam, Cavani noch nicht. Da hoffen wir bis zuletzt drauf. Dann gehen wir hier nochmal kurz durch. Das sind jetzt hier Winter-Refresh-Karten. Die Winter-Refresh-Promo scheint ja an sich gar nicht zu kommen. Man hat gesehen, Gomez und Oedegaard in der What-If-Promo dieses integrierte, transferierte Geschehen. Und deshalb kann man vielleicht eben in der Prediction ja auch schon gesehen mit dem Özil vielleicht rechnen oder mit diesen Kandidaten. Sanson hatten wir eben am Start zum Beispiel. Melek hatten wir am Start. Um euch das einfach nochmal zu zeigen. Und da, glaube ich, hoffen wir alle drauf. Natürlich eine Götzekarte, Jungs. Ja, eine Götzekarte, das wäre natürlich Träumchen, wenn die dann kommen würde. Also, damit würde ich sagen, war es das mit dem Video, mit der What-If-Team-2-Prediction. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, gerne das Video supporten mit einem fetten Daumen nach oben. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns dann heute Abend zu den Top-Partien und natürlich dann auch morgen am Freitag zu What-If-Team Nummer 2 wiedersehen. Insofern gerne die Glocke aktivieren, Jungs. Lasst Liebe da. Zerstört den Like-Button. 300 Likes. Gebt ihr wieder als Ziel raus. Und damit reingehauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Flo von Archie Gaming. Ciao, Leute. Bis zum nächsten Mal.